Der Tipp zu Ich oder Du stammt von der Filmemacherin Veronika Franz, Ich sehe, ich sehe, weil sie gesagt hat, sie hat den vor kurzem wieder gesehen und es sei so ein wunderbares Erlebnis Hansi Lang wieder zu begegnen, der eben damals unter der Regie von Dieter Berner eine, man muss fast sagen, semi-autobiografische Sache hier verkörpert hat. Es ist wirklich wunderbar, diesen Film inklusive aller Besonderheiten, die die 80er Jahre auch in Österreich im popkulturellen Bereich in die Mittel- und Großlokale getragen haben, hier in der Edition zu haben. Ich verspreche mir für eine weitere Suche in diesen Bereichen auch für die Edition noch einiges. Ufa! Ich glaube, das kannst du mir vergessen! Das kannst du mir nicht vergessen!